Sollten wir Angst haben? Vielleicht, ein bisschen. Wenn du ne Javelin oder so hättest, oder ne Stinger und du schießt genau ne mittlere Heli ab, dann killst du drei Helis auf einmal. ECHT DU HUHREN! Boah, das wüsste ich nicht. Das ist immer interessant zu wissen. So ein Messer an der Schwanz. Neeeeh, nöööööööööhöööö. Blurea, nächstes Mal okay? Nächstes Mal darfst du. Boah, Alter, da kommt ein Feuerregen runter. Da habe ich jetzt noch keine Kids gemacht mit dem Eisshilliesy. Weil das Teil scheiß ist. Ja ne, du kriegst die nur wenn du noch so lange lebst. Wie hast du mich von da gemäßt? ich hab dich von heute gemessen ist klar, ey! In den Arschreien! Geil! Oh fuck Oh fuck Ah! In den Kopf! Du bist das Telefon beverbracht da! Stopp! Scheiße! User can uns switch! Hey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Ich bin tot! Schon wieder! Mädchen im Baller stehen! Das geht nicht! Das geht nicht! Na was? Das ist übel zurückskoppelung! Übel zurückskoppelung! Ähm... Ups! Sorry! Äh... So, geht's besser? Test, 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 test! Ah, verdammt! Okay, warte, 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 warte! Das machen wir! Wer von euch hat grad noch zu viel geschluckt? Keine Ahnung! Keine Ahnung! NICHT! Oh... Hat's geschmeckt? Ah! Dann fahr mal los! Was denn bei euch los, Mann? Ach, Tau! Ohne Scheiss! So! Wo? Ich hab' nicht gerechnet, dass du hochkommst! Tja! Ich bin aus der Bombe entstanden, Junge! Ja, echt wahr. Wie lieb' das Event? Chaotisch, aber gut, würde ich sagen. Also wie immer! Ahh, technische Probleme! ich hab auch gemessert nein aber ich hab zuerst aber ich hab zuerst nein glaubt euch sucht euch ne Höhle tötet euch doch einfach ja versuch es ja aber naja prügel nein nix prügeln wir machen das nix mit prügeln schießen wir auf dem Schulhof nein die kommen alle geflucht rein aus dem Alters sind wir raus wir benutzen inzwischen Sturmgewehre und Landgranaten und Arketenwerfer und Panzer Leute da guck ich nach hinten da steht der Typ da ja alles was sein muss ne ey du bist schon scheiße ne Blendgranate, dein Ernst ja natürlich ne Blendgranate verlangsam nicht die Reaktionszeit ne drei ist kacke hab ich das schon mal gesagt ja ja ungefähr 17 mal nein 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 ja neun treppe 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 Aktive Sterbehilfe, wer will? Äh, ich ne, ich glaube. Nein! Nein! Steven! Für mich so! Weil... 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 Es hat einfach ein Arschloch. Zwar mir hier auf eine Aufnahme, alle gleich laut klingeln. Es ist nur noch. Hallo! Ja, wir nehmen gerade MW3 auf. Hallo, Akbar! Ach, schade, du hast den Japaner verpasst. Samurai! 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 メ Now! Jau, lauft aneinander vorbei! Seid ihr idiots! Ihr habt mich getötet und seid aneinander vorbei gerannt. Ey, ihr seid... Helden. 2 vom Kaliber 55. Ich will aber 56 sein. Achso. Sugi! NIEIN! S sebel! Ich dachte mir so... Wo kommt der jetzt her? Er hat aber auf mit den Blindgranaten! Alter! Du kannst mir meinen! Du weißt... Du weißt... Ich bin der Kurtenjapsen. Dann eben durch die Wand. Ich bin an den Kopf gekommen. Wir haben keinen Kurten Türken, wir haben einen Kurtenjapsen. Wir haben Kevin, wir haben einfach einen Kurten, Kevin. Ich bin hier, hebst du die Kurte? Mach mal rein. Ich hebe die Kurte nicht, ich senke die Kurte. Wo kommst denn du jetzt schon wieder her? Danke für die Vorwarnung. Ich muss, dass der Hose kommt. Oh fuck. Florian, Alter, was los mit dir? Ich seh dich nicht durch Explosionen. Du bist auch voll verwirrt momentan, gell? Kannst du sein? Bin ich jetzt gewöhnt. Jetzt lasst mich doch mal jemanden umnieten. Du bist total lau. Vielleicht morgen. Ich weiß, es tut mir leid. Also ich finde dich total okay so. Musst du mich leiser stellen, Laura. Wenn ich wüsste wie es geht? Rechtsklick auf mich. Lautstärke anpassen. Ja, du bist auch nur so ein Knife-Wander, ne? Ja, Mann! Du bist so ein Lappen, Alter. What the fuck is hier los? Ich hasse es, wenn jemand freit. Ich geh es dir gleich mal. F*** euch allesamt. Was? So was sagt man nicht. Du bist die Jüngste, die auf dem PS ist. Echt so? Respekt gegenüber Älteren. So what? Respekt gegenüber Älteren. Du bist ein Arsch. Ich weiß nicht. Ich war immer im Blend-Modus. Habe ich die Jüngste geschossen. Oh, wir werfen die mal da ins Fenster. Na, wenn ins Fenster eine Blend-Granate reinkommt, dann werfe ich natürlich eine zurück. Ich hab aber... Du hast die Jüngste dir zurückgegeben. Du hast die Jüngste dir zurückgegeben. Genau, ich bin nur für. Jau! Sag mal, habt ihr eigentlich irgendwie was genommen, dass ihr so messern könnt wie die Schweine? Nun was? Messern wie die Schweine? Wie messern denn Schweine? Messer sind Schweine. Guck dir die Killcam an. Jetzt hör mal auf zu mir messern, Junge. Wir haben Gewehre. Okay, das war jetzt grad der dritte hintereinander, den ich gemessert hab. Nein! 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 Sorry, du wichst da! Wie lange spielst du? Äh, knappe 19 Minuten. Alter, jetzt hört doch mal endlich das mit Messern an. Hä, geht das richtig der Leber? Ja, warum? Messern ist lustig, okay? Nein! Problem, Kevin stirbt nicht, jetzt. Scheiße. Oh, oh. Der hast du früh gefreut, ne? Irgendwie schon. Kann ich eigentlich dein Gesprächsleiter-Dinge auch ausmachen? Nein, kann nur ich. Ah. Ja. Das kann nur wachsen, das tut mir leid. Das ist jetzt nicht so für's. FISH. FISH. Du bist schon so'n Arschloch. Ey, ich treff mit diesem Scheißteil nichts Verlangen. Ja, ich sterbe in einem Haus. Das Klärchenbärchen! Das klärchenbärchen! Das klärchenbärchen! Du bist ja auch so ein schwuler Tafelrocher. Scheiße! Klärchenbärchen! Was ist mit dir los? Bärchen! was 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 ist dein scheiß ernst ja ja alter hallo hallo guten Tag der Helge der Zollte super ach hitzlos Kevin du bist ey sag mal ist das jetzt ein Messerpapier ey das ist schlafen weil ich au ich hab mich gleich zum Messern irgendwie hallo Messer ist lustig ja ja ein Messer am Morgenvertrieb Kummer und Sorgen genau ich ich oh oh Alter du hast in der Schuss in dem Moment wo ich gemessert hab du bist ein Arschloch nein Haugate Haugate ja Haugate ja hör auf zu schreien das geht nicht wir spielen wie drei er ist aggro ja Manuel ja 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 in allen anderen Videos deswegen bin ich nach mb3 immer ein bisschen heißer super Achtung feindliche Vorrenger gut dass ich mein krägliches Ding schon hinter mir hab äh äh ja 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 das Samurai alter nur mit Schwertkämpfen ne Messern du Wichser hell 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 hier geht's ja mit Dauerfin ich renne dir seit zwei Minuten hinterher hast du auch extrem Bedingungen drinnen hast du auch extrem Bedingungen drinnen nein toll wieso kannst du ja mithalten weil ich Abkürzungen bekenne und dann bin ich ein Samurai Norea komm nachher du sprich na du Samurai ey du bist so ein kleiner Wichser Haugate nur am Messern der kleine König der Arschgeugen alter ich find's echt lustig und dann kam der Fahrzeug Mahege du bist so ein richtiger Chris ey ja ja oh fuck da ist wieder vorne ja warum musste ich jetzt nachbauen fuck fuck du musst mir gerade echt ziemlich den Arsch gerettet Dankeschön du du Florian alter mit deiner Stimme würdest du so scheiße an wenn du schreit bist nein ich wollte dich noch besser Problem Köbbeln immer dieser ganze Hass hier im CS ist echt schlimm das ist kein Hass das ist männliche Liebe ok ja genau wir lieben uns alle wir sind Freunde ja ich hab dich doch angeschossen in deine Brust siehst du das männliche Liebe nein wirklich ich hab dich angeschossen das machen nur wahre Freunde genau okay 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 hallo aber ich glaub Florian hast du gleich wenn du endlich mal stirbst nö jeden Einer verliebt gleich seine Eier ja du hast dich schon längst verloren du kannst schon mal nett sein ja Florian ohne Eier blöd gell weißt du die Feile sagen mir die Schüsse kommen von hinten ich guck nach hinten die Schüsse kommen von vorn was ja ich hab dir auch angeschossen da ist ne Bombe ins Gesicht ja äh was bei dir los war mit Gehirderschuhe messerst du du bist ja auch nicht schocktötung du bist ja auch nicht schocktötung wenn du dich doch umdrehst dann kommen die Schüsse auch von vorne da hast du recht ja aber ich ich weiß eigentlich anders also ich hab mich umgedreht und kam sie wieder nach hinten ja sag mal hast du Warhack oder was das ist halt einfach so richtig eins vor wie so ein Arzt ich bin dabei etwas falsch ja what the hell geht alter yeah what the hell geht HELL NENE NERNEN ALE SIND ZUMER MESSERN THIS IS FOR THE KEVIN nein ich wohl Messer NEN DAT HELL GEEEEY Ich verkack so übel Sterbe kann mal jemand diesen Hellgate umbringen der wird zum Chris ja echt modisch hellget ist der neue Chris der hellget ist n AARCHLOK Hör auf! Oh nein! Ich hab's ohne gedacht! Ich hab den Samurai! Oh, nee, nicht! Samurai! Nein, du hast mich geändert! Schmeckt dir das, Helge? Wer hat da gerade einen Astmanfall? Nein, das war meine Halssache. Hallo! Hey, du Scheiße! Ich steck dir eine 2-Messer-Sauber-Den-Arsch! Hey, das hast du dran, Jungs! Falsch war nur einer! Hey, geil! Hallo! Ach, du Scheiße, das geht ums. Hallo, Laura! Über! Hallo! Hey! Die Wendt ist da! Wow! Oh, das klingt! Ich warte gar nicht nach dir! Ich warte da, auf das Blumley jetzt so ein Schreikermann. Wo, kannst du mal die Reste halten? Warum? Nein! Hey! 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 Ey! Was, was, was? Ey, der hat 84 Kills, er ist 39 Mal gestorben. Was? Ja, nicht gemessert, du kleines Arschloch. Pick dich, Florian. Das kriegst du jetzt... Die Fresse wäre anschließend über den Österreichs. Und ich sag mal jemand die Wahrheit, ohne Scheiß. Sache ist Blutwurst. Ich bin für Schinken. Blutwurst ist lecker. Schinken? Ne, aber so, ob wie der Geld mit dem MTS rumhängt, da ist das eigentlich auch nicht verwunderlich. Ja, er geht diesen kleinen Arschloch. Helge, dieser ist Christe, je Frau. Das stimmt. Das kann ich bezeugen. Aber 100 pro. Cool, ich habe einen Schwager. Was? Bitte was? Was? Ja, wenn der Chris... Ich nenne den Chris ja immer Bruder. Und der nenne mich weister. Und wenn der Helge in mir lebt... Du nennst ihn, warte, du nennst ihn freiwillig Bruder? Ja. So was wäre ich noch nicht zu sagen. Ich habe die Gabe, die Menschen zu manipulieren, zwar schon immer so. Keiner nennt ihn freiwillig Bruder. Glaub mir. Problem Kevin, können wir dich irgendwo einliefern und abstechen? Das war gar nicht. Schön. Das war geil. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Schön. Warte, ich weiß, wir können wieder folgen. Spunk du. Hey, Manuel. Hey, 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 was geht ab? Ich finde es doch nicht. Da geht aber okay. Wir feiern die ganze... Fick dich Flo. Fick dich Flo. Einfach mal so. Hey, Lo, was hat er noch? So viel Liebe. Ja, sag ich doch. Einer Flufftusherr. Ja, ja, nehmt alles, ey. Ja, ist jemand an, Alter. Ist jemand sowas von an. Ich meine, du hast auch Nerven hier so eine Kombi zu kommen, gell? Mensch, so. Ich hab gemessen. Nein, Hellgate. Nein. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Bitte aufhören, mir blenden. Halt die Fresse. Ich werf dir so viel ins Gesicht, wie ich das will. Okay. Das war jetzt auch genial. Geil. Voll die Klette. Das kann man jetzt auf drei verschiedene Arten verstehen. Auf melokianisch, menschlich und afghanisch. Nee, eigentlich hätte ich auf japanisch gedacht. Warum hast du so eine schwule Maske an? Weil er dich weg hat. Warte, was? Bitte? Äh, Flo, kann es sein, dass du ein bisschen da gerade gedacht hast. Halt die Fresse. Okay. Der ist gerade Flo, irgendwo. Nein, erlaubt es sein. Ich wollte doch kurz sagen, du bist letzter zu den Ball. Alles ist euch ausgefallen. Da, da, stich dir dein Messer in deinen Schwanz, Alter. Und jetzt halt die Fresse. Meine Güte. Ich glaub, den braucht er noch. Wie gesagt. Wie ich schon gesagt hab, es gibt so viel Liebe hier gerade. Jeder liebt sich selbst. Ja, klar. Hallo. Dann haben wir auch noch so eine weibliche Stimme, die wenn sie auf den Nerven geht. Perfekt. Was? Ey, klar. Seitdem Florian schwul ist, ist es schon immer so. Was? Komm, takt mal jetzt nicht alle auf ihn rum. Also Helge, das ist grad der perfekte Kill von mir. Ja, ja, ja. Schieß durch 15 Wendel. Ne, durch sieben waren es nur. Arschlauch. Ich hab mitgezählt. Nein. Ich hab mitgezählt eine geile Erfolge. Dann kommst du eben zu meinen Händen. Boah, Arschloch. Du kannst mich mal. Das macht mir voll wert, Alter. Kamerad. Sie sind gefeuert. Genau. Alter. Hör auf dich hinzulegen. Dropschalter. Mach der immer. Ich dropp schalte nicht, ne? Dropschalter Bunnyhopper. Das wollte ich grad sagen. Dropschalter Bunnyhopper. Ja, Mann, ohne Scheiß. Ich hab dich auch liebflosch. Du kannst mich mal. Hier kommt ein Riesenbilder vom Himmel. Viel Spaß damit. Was? Was kommt da vom Himmel? Ein Riesenbilder. Ne, was los mit dir? Ähm, Steven? Ja? Willst du, dass dein Kanal weiterhin jugendfrei ist? Ja. Ach, hallo. Das wird wieder der klassische Beep, 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 Beep. Jetzt sei mal nicht so verklemmt. Ne, ne, es gibt kein Beep mehr. Weil nämlich seit dem Dingsbums, seit, äh, seit einer Folge... Oh, fuck. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein! Nein! Aber du ist schon ein Warnungsgartenwetter vor, oder? Du bist dann fast gekommen. Okay. So. Äh, ne, was ich nur sagen wollte. Seit einer Folge gibt es jetzt kein Piep mehr, sondern einfach vor dem Video immer, dieses Video enthält Ausdrücke und, ja. Ja, gut, dann ist ja okay. Das ist so ein Disclaimer. Warum habe ich nicht weiter geschossen? Ich muss in den nächsten paar Jahren nicht mehr komplett jungfrei sein. Nein, ich bin hinter Floh! Das darf ich nicht verlassen, da darf ich zu sein. Das ist jetzt nur hier scheiße, ne? Ja, das ist gar nicht scheißen. Scheiße! Brau sind drÜig! Oh, Gott! Das ist so nice. Ein agro japaner Spaß'n allesamt Was? 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 Oh Mathe! Okay das ist... das war legendär Agent ist einfach so kleiner Stricher, der während nichts zu tun hat, den Kissen erhört Ach soo Ich glaub die Hälfte meiner ganzen Kissen hat einfach alles mit der anderen Er schießt, was weiter zu schießen messert er Manu hast du's genommen, ey Er täuscht mich Ich hab's gar nicht erwartet, wenn die Verge rauskommt in den Kitteln, aber Leute, Leute, ich... Ich bin auch weg, Abendessen, Hunger.